Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht es mit euren Vorschlägen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich den ersten Frame schon sehe, so gucke ich früh immer in den Spiegel. Was mir jetzt eh aufgefallen ist, seitdem wir die Maske tragen müssen, ich habe jetzt schon voll davor Angst, wenn irgendwann die Masken in der Bahn oder in den Öffis, also allgemein, abgeschafft werden. Weil ich mache jetzt so komische Bewegungen immer unter den Masken und mir ist schon aufgefallen, das mache ich jetzt auch schon, als wenn ich keine Maske aufhabe. Also ich mache die ganze Zeit immer so oder irgendwelche komischen, dummen Bewegungen. Ja, gucken wir jetzt mal rein. Lieber Mario, bitte kannst du... Schloss! Ich backe dir ein... Kuchen! Hochachtungszoll! Prinzessin Toadstool! Meine Trommelbruch, ich habe meine Trommelbruch. Hey Mario, ich habe mich schon immer gefragt, warum gibt es eigentlich keine... War, Peach? Es gibt eine, Luigi, es gibt eine. Da ist es! Geschlossen, halt. Fick mich, fick mich! Gibt es auch eine war Daisy? Lutsch meine Titten! Lutsch meine Titten! Was ist das? Hättest du bloß mal dein fettes Maul gehalten. Und wen nennst du hier bitte fett? What the fuck? Ey, was ist... Ey, was habe ich mir an? Was habe ich mir hier angeguckt? Ey, ohne Scheiß. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich würde hier... Ich würde sowas von ganz schnell... wieder die Kellertür schließen. Aber so sieht, so müsst ihr das vorstellen, wenn ich meine Kinder, wenn die Scheiße gebaut haben... Keine Ahnung, waren zu lange draußen oder so. Dann werde ich die auch im Keller einsperren. Aber die kriegen nicht so viel Essen wie hier. Also, die kriegen gar nix, ne? Ähm... Was für Videos immer man schon schickt. Ey, das ist der Hammer! Ja, ich hoffe... Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns definitiv dativ-akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss!